Dein Mann hat nur eine große Krawatte, wenn du möchtest. Ja, das liegt also eher ein bisschen... Muss ich... Ich guck nicht in die Kamera jetzt. Ja, genau. Die Krawatten sind einfach super. Ja, ja, definitiv. Wie soll denn jetzt dein Wahlkampf ablaufen eigentlich? Mein Wahlkampf, der läuft hier. Und was läuft weiter? Wofür stehst du? Für ganz Mühlheim stehe ich. Für Mühlheim? Ja. Aber die rechte Reihenseite ist ja noch mehr als nur Mühlheim. Ach, das stimmt. Dann stehe ich auch für die anderen Bereiche in Köln. Aber nur hier auf der rechten Seite. Okay. Das ist mir sehr wichtig. Gut. Ich möchte gerne... Das möchte ich noch... Also mein Herzensanliegen ist, dass der Wiener Platz UNESCO Weltkulturerbe wird. Das ist eine gute Idee. Ja. Oh, das ist ihr neuer Aufkleber? Ja, den haben wir extra frisch machen lassen. Der ist farbecht. Und auch warm. Und... Der ist fest. Das versteht nicht. Das sieht aus, als wäre es professionell erstellt worden. Und nicht einfach so ein... Das habe ich in Heimarbeit in Pakistan machen lassen vom kleinen Kind. Das war billiger deshalb. Das ist die Welle, da. Also... Trostkreis, hier ist es schön. Der Lukas ist der Trostkreis. Und ein Fuck-AfD-Sticker? Nein. Nein. So ein Sticker. So ein Schildrick. Oder ein Fuck-AfD-Sticker. Ja, hab ich gesagt! Oh! Mein Gott! Oh! 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 Ich glaube schon, dass wer da unten... Halt mich!? Steuer pricedriftlich Verkehrsmittel erhöhen, und dafür frei für alle. Ja. Ja. Das mach ich auch. Das mache ich auch. Steuererhöhung ist auf jeden Fall ein Frauen- und Main-Fan-Burger. Ich bin vor allen Dingen für die Differenzierung. Von diesen 10.000 Euro kann ich das auch leben. Deshalb habe ich auch lange überlegt, ob ich das überhaupt machen sollte. Ja, Hungertuch, sage ich nur. Wir sind schon schwierig zu überzeugen. Du musst ja auch auf fremde Leute zugehen. Hallo, ich bin der Klappang und mache Ihre Politik. Und meine. Und warum denn, wo größer von mir ist? Wie? Das stimmt doch nicht. Was? Ist das ein Sonderpreis? Dafür gibt es einen Sticker. Wie fühlst du dich? Prostata. Was? Ich sehe nur Plakate, Plakate, Plakate. Ja, ja. Plakate sind in den Nippel. Ich hole dich morgen ab und dann geht es hier richtig los. Werbsabhängen. Das ist wirklich geil. Wenn das Schreie rein kann. Ich schaue es einfach so. Ich bin so von einem großen Pool. Jeder so sagt, ich habe auch da. Ja, meine Schreie aus. Achtung. Das ist wirklich geil. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ja.